Ok, ne? Also wenn man es nicht wüsste, ist es schon schwer, ja? Ja. Und wenn man jetzt noch halt irgendwie so ein Hemd an hätte? Haha, geil. Okay. Sind nur wir drei oder kommen noch ein paar Leute dazu? Ja, wir sind gerade mehr schon, ne? Wo ist der Snake? Der Snake? Wo ist er denn? Ich meine, Sergei. Ja, wir können ja schon mal anfangen, die können ja noch dazu Zeit. Und Snake ist durch ihn abgedampft oder was? Scheint so, ne? Ja gut, dann, äh, ich weiß nicht, wo sollst du... Am besten an dem blauen Container da, ne? Ne, ich stell mich hier vor so einen Baum, so wie das halt immer so ist. Dann zähle ich bis 100 runter. Ja, bis 100 musst du nicht unbedingt zählen, aber... Ja, da gibst du so einen coolen Spruch, wie geht der? Wisst du denn noch irgendwie? Die Kinder, die da... Eins, zwei, drei, vier, Eckstein, alles muss da steckt sein. Genau. Bitte, was noch? Aber Spielregel nur innerhalb der Safe Zone. Okay. Und wenn ich jemanden gefunden habe, kommt der dann mit mir mit? So, und wir stellen uns jetzt alle drei hier jetzt auf einen Haufen und wir laufen erst los, wenn er anfängt zu zählen. Oh, Moment. Ich bin hier bei der Taschenlampe. Ja, okay. Okay, ich zähl, ich zähl mal runter. 30, 29, 28, 27, 26, Laufschlampe! Laufschlampe! 11, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich komme! Wo seid ihr denn? Piep! 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 Uhuuu! Ja, ich find euch hier nicht. Wo seid ihr denn? Das ist ja das Sinne, wenn wir im Versteckspielen. Hm, jetzt kommt noch mal. Du siehst auch echt fast gar nichts hier. Ach ja, ich kann ja die Taschenlampe mitnehmen. Die Taschenlampe. Uhuuu. Ist ein bisschen gruselig hier. Mal vorstellen, dass ihr hier durchgerannt seid. Irgendwo in so einem Auto. Ich glaube, mich findest du in der... Hahaha. Kann nicht mehr sprinten. Warte Zeit, bis es hell wird. Haha. Ich bin jetzt hier in einem anderen Turm. Nein! In die Tür, die habt ihr euch also nicht ausgesucht. Es ist übrigens 0.17 Uhr auf dem Server. Uhuu. Alle Kinder müssen jetzt ins Bett. Boah, das ist echt so weitläufig. Ich komme ein bisschen vor wie bei Slender gerade mit der Taschenlampe. Ohhhh. Ja, boah. Hahaha. Ach, das ist doch mal ein gemütliches Spiel, oder? Hahaha. Sowas müssten sie mal implementieren. Ja echt? Ja, geil. Hahaha. Jetzt guck ich mal. Wollt ihr Musik anmachen? Haha. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Hör mal hier nochmal Musik an. Uiuiuiui. Boah, ihr seid echt, glaub ich, ziemlich gut versteckt. Hahaha. Es passt doch sehr gut. Ich glaub ja, in dem Trailer ist einer. Boah, im Trailer seid ihr auch nicht, ihr Schweine. Aber ihr lauft nicht rum, ne? Ihr bleibt da. Aber ich halte mich in der näheren Umgebung der Festung auch, würde ich mal so sagen. Ich hatte ja nicht viel Zeit, du hast in die 30 runtergezählt. Also irgendein von euch sehe ich. Jetzt machst du mir alles. Ich könnte mir vorstellen, dass du eventuell oben auf einem Turm drauf liegst. Falls man da hinkommt. Guck mal da hin. Ich glaub schon, oder? Du hast oben was gesehen. Hallo. Tadaa. Hahaha. Juhui. 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 Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. War schon gut. Hast ihn gut gemacht. Hast ihn gut gemacht. Hahaha. Hey, ich dachte, das wäre vorhin wegen dem Helm, weil er so dunkel war. Er ist irgendwie so ein Teil da oben drauf. Oh Scheiße. Oh. Runtergeflutscht. Ploing. Geile Schuhe Okay, jetzt ist der Dabam dran Wo ist er? Hier ist ja auch so viel Zeug Die Leute werden alle so auslachen Ey, wir spielen hier so ein Zombie-Survivor-Ding Und spielen dann Verstecken Ja, ja, mach ich gerade Können wir schon vorstellen, wo du bist Wie geil du da auch drin liegst, ey Der war echt gut hier Wo lag er denn? Jawoll Wo lag er denn? In der Mülltonne Okay, aber der Dabam war das schon mal nicht Der hat sich bestimmt ganz blöd versteckt Ja, der Dabam Ne, sorry Er ist der Schwierigste Was denn? Ich wollte nur einfach mal lachen Aber hier kann es ja nicht langgelaufen sein Weil ich glaube Es ist ja doch mehr rückwärtig gelaufen Wäre schwer Und Shinji, du hast mich gesehen, ja Ich habe mich null bewegt Ein Ort und Stelle Hinten am Stein Oder hast du vielleicht doch jemanden anderen gesehen, Shinji? Das ist eigentlich ein Nerd Der hat sich hingelegt Und dann war er weg Hier haben Steine irgendwo? Also Nicht weg, aber Nicht in Sichtweite Genau Eigentlich kann er nicht so schwer zu finden sein Das wird ein langes Let's Play Ich glaube, da muss ich schneiden Ja, das glaube ich auch Ich weiß es leider nicht Die anderen haben dich jetzt aber auch nicht gefunden Sind die? Finde ich nicht Also war ich das doch nicht Ich habe da hinten jemand hinterm Stein gesehen Was doch jemand war das? Ja, ne, hinterm Stein war ich nicht Hinterm Stein war ich nicht Ja komm, lauf einmal um die Festung herum Und ich lache dann nochmal Wenn du mir vorbeiläust, ok? Nein Dann zeig dich mal Dann hast du gewonnen Ich soll mich zeigen? Ja Na gut, weil ihr seid Ich komme jetzt raus aus meinem Versteck Hat der Taschenlampe an? Ne, habe ich nicht Noch nicht Weil ich erstmal aus meinem Versteck rauskriechen muss So, jetzt kann ich Taschenlampe anmachen Ich sehe nichts Dann seid ihr auf der falschen Seite Toll Da hast du aber nicht gelacht Dann war das wahrscheinlich ein anderer Oder hier irgendwie Ich habe nur jemanden vorbeilaufen sehen Ich weiß nicht, wer das war Aber von meiner Position aus Das war vielleicht dasselbe, den ich vorhin gesehen habe Von meiner Position aus konnte ich kaum was sehen Wo bist du denn? An welcher Seite der Safe Zone? Der Eingang, der mit Ja gut Ja gut, ok Wir waren die ganze Zeit hier oben Ich war vorhin eigentlich auf dem Weg dahin So, da am Bus vorbei Ja, der Bäm hat gewonnen Der Bäm hat gewonnen Oh Ui, uaa, sing, chaeng, walla walla bing bang Ui, uaa, king, chaeng, walla walla bing bang Juhui Was krieg ich jetzt? Warte, komm her, komm her, komm her. Ein Gäste-Key. Ein gebrauchten. Toll. Jo, das kriegst du von mir. Oh, das ist was, ne? No. Yay, neun Millimeter-Mech. Wuhuu. Yay, es hat sich gelohnt. Ey, da ist noch einer. Sogar ein volles. Das wird gern. Hallo, ich komm nicht über die Sandtrick rüber. Doch, so. Hallo. Wow, wie viele Leute seid ihr denn? Hallöchen. Da ist noch eine. Da ist noch eine Dame. Krass. Oh, wie die Angst haben. Voll das Survival-Treffen hier. Was heißt ein Verstecken eigentlich auf Englisch? Heid. Heidensieg. Ja. Heidensieg ist das Verstecken und so. Gut. Ja. War nett. War nett. Das war's für heute. Jude. Das war's für heute. Ja, das war's für heute.